Schön, dass ihr hier seid. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Ute Hagen. Ich bin psychologische Beraterin, Kräuterfachfrau und medizinisch-therapeutische Wald- und Naturgesundheitstrainerin. Mein Studio für Krisencoaching ist in Naila. Wir haben uns heute hier getroffen zum Waldbaden in diesem wunderschönen Stück Gerlaser Fast. Waldbaden, was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen? Waldbaden ist das deutsche Wort für eine Art Naturtherapie, die in Japan entwickelt wurde, mit Namen Shinrin-Yoku. Und Shinrin-Yoku meint das Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes mit all den Eigenschaften, die Mutter Natur uns dort zur Verfügung stellt. Vieles davon ist gut durch Studien erforscht. Unter anderem die Wirkung auf unsere Psyche, die Wirkung auf unsere Herzgesundheit, die Wirkung auf unser Immunsystem. Da sind sie noch weiter am Forschen, denn das tut unserem Immunsystem sehr, sehr gut. Ja, und es senkt außerdem den Spiegel an Stresshormonen mit allen Auswirkungen, die wir da dann zur Verfügung haben. Wir schlafen hinterher besser, unserer Psyche geht es besser und das alles stellt uns Mutter Natur kostenfrei zur Verfügung. Ich lade euch deswegen heute ein, diese Wirkungen noch mit Übungen, Atemübungen, Achtsamkeitsübungen zu kombinieren. Ich lade euch ein, weil wenn jemand merkt, Mensch die Übung tut mir jetzt gerade aber gar nicht gut. Es muss keiner bei jeder Übung mitmachen. Es ist eine Einladung. Wer gerade nicht kann oder sagt, das tut mir nicht gut, einfach anderen Baum anlehnen, der Übung zusehen, wie die anderen das machen und bei der nächsten Übung, wenn es gut tut, wieder mit einsteigen. Ganz wichtig, bevor wir gleich loslegen, ja im Wald gibt es ein paar Regeln, auch beim Waldbaden. Wir rauchen nicht, wir schreien nicht, wir reißen nichts ab und wir schalten das Handy auf lautlos. Wir nehmen auch die Vibration raus. So und jetzt sind wir schon so weit. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf eure Gesichter bei den Übungen und nach dem Waldbaden gehen wir zusammen los. Lausche den Plätschern und lass das Wasser alles mitmachen. Mitnehmen, was nicht passt.